Die Mietwagen kosten Geld. Ist das die richtige Richtung oder die falsche Richtung? Richtige Richtung, ich komme auf die Karte. Gut, ähm... Ich will mal sagen, welches Level habe ich jetzt eigentlich? Oh, hohes Level. Ich speicher einmal und als grünenden Abschluss für heute... ...wenn ich noch mal etwas versuche. Eventuell sehen wir gleich wieder den Game-Over-Bildschirm. Zehn schon im Spielstand, so im Wahnsinn. Ah... ...gespeichert habe ich gerade und... ...los geht's. Ich hätte mich vorher vielleicht hochheilen sollen. Egal. Wir versuchen das noch einmal, dieses blöde Vieh kaputt zu machen. Jetzt bin ich sehr viel stärker als vorher. Los geht's, mein Freund. Wer wagt es, mich im Schlaf zu stören? Dann erstmal ein normaler Angriff, eine Runde... ...eine Runde... ...passt 200 Schaden, sehr gut. Na, ihr zwei benutzt Zauber, was Quall kann so angreifen. Du drast 24,5... ...und sie, die wir zu machen. Trotzdem hrn etwas runter... ...und sie genau... ...und sie, oder? Dann zwei Mal rein mit der Reihe kaputt... ...und sie zerstört... ...und sie, die Regeln haben. ...und sie sind nicht vom Film oder so. Ich bin dann noch gefragt. Ich bin dann noch mal, wieviel wieviel. Ich fahre das Ding an. Ich hab was funktioniert... Ah, sieht gut aus und... Das Vieh hat... 11.000, also noch 10.000... Ah, Flugmonster... Schwach gegen Wind... Oh, schön... Okay... Gut, ähm... Squall hat auch eben Tornado gelernt... ... oder hat besser Tornado bekommen... ... und ein Diamantenstaub... Jetzt hauen wir hier mal rein... 10.000 Schaden müssen runtergekloppt werden... Oh, das dürfte ganz gut funktionieren, so... ... und ein schöner Gewittersturm... ... und ein schöner Gewittersturm... ... ja, 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 ja... ... ich hoffe, ich schaffe es jetzt... ... ich möchte das eigentlich kein drittes Mal versuchen... ... und das zieht ihm... ... wow... ... 400.000 Schaden machen die zwei zusammen... ... gut, ähm... ... und zwar... ... wo ist es, wo ist es, wo ist es... ... wo ist es, so viel Zauber... ... Tornado bitte... ... oh, ein dummeres... ... dieses Gravi-Ding... ... und das macht... ... ziemlich viel Schaden... ... mal Vita bitte... ... wow, Tornado... ... macht... ... 500 Schaden... ... yeah... ... Gravii-Ding... ... ja... ... ich draw jetzt nix von ihm, äh... ... weil, ähm... ... äh... ... krieg ich vielleicht später von irgendwer... ... Mann, also im Moment muss ich mich hier wirklich auf... ... Angriffe konzentrieren... ... auch nur für sich... ... ja, das ist gut... ... darf ich dir noch irgendwas... ... versuch mal ein Blitzgar... ... mach... ... mein Gott... ... 200 Schaden... ... ... Gravii-Ding... ... auf... ... dich schon wieder... ... ... na, mach nicht viel Zauber... ... Tornado Schieber Tornado haut rein, damit ich den gut runtergeprügelt 511, sehr gut Gravit Schieber Analyse Ich möchte mal gucken, wie viel HP der noch hat Analyse Und du hast 8500 knapp Gute 8000 hat er jetzt noch Und ich muss Squall jetzt mal heilen Ja, den muss ich mal heilen Gut, knappe 8000 hat er im Moment Mal gucken, wieviel Schaden macht jetzt Shiva Sind wir nun willkommen Das hat mir eine schöne Zahl Okay, 7500 Auf Okay, du hältst das eigentlich ohne Probleme aus Jetzt möchte ich erstmal eine Runde ein bisschen Excel mal ein bisschen zum Heilen verpflichten hier Zauber Vita Opf ihn Squall Du zauberst wieder deinen Tornado Das ist im Moment eine schöne Angriffsquelle Eine schöne Schadensquelle mit zwischen 400 und 500 Schaden Das ist sehr gut Nummer 500 bin ich bei 7000 Schaden 7000 HP hat er dann ungefähr Ja Wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe Irgendwo Zauber Vita Auf dich selbst Wird der Typ immer schneller, oder was? Wird der Typ immer schneller, oder was? Ja, knappe 100 ist nicht ganz so schlimm Vita auf dich selbst, komm Zauber Man muss Excel sich jetzt nochmal selbst heilen Zauber Vita auf dich selbst Zauber... Tornado 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 Der ist jetzt klappt Müsste der bei 6500 sein, meine ich Aber ich gucke in ein paar Runden nochmal nach, was der hat 6500, wenn ich mich nicht vertue Der Schaden wird immer weniger. Du machst erstmal GF nochmal. Du zauberst ein Vita of Squall. Du zauberst... Was the fuck? Diabolos. Wuhu, sie sind fast alle tot. Und Shiba hat ganz schön was abgekommen. In Yale, Tornado. So... Wieder 500. Müsste er jetzt bei... 6,5. Oder 600 soll ich schon sagen. Gravit auf... Lass Shiba bitte in Ruhe. Noch mal aufs Squall. Hämmert die ganze Zeit nur aufs Squall raus. Das ist genug Sack. Okay... Diamantenstau. Diamantenstau. So... Wuhu... Wuhu... Und... Du hast... Nochmal... 500 Schaden... Bis jetzt bei... 500... 5000... Irgendwas so rum glaube ich. Du kannst noch nicht... Du kannst noch nicht den Ding ans ansprechen. Zauberst du bitte mal ein Vita auf dich selbst. Genauso wie... Du ebenfalls ein Vita auf dich selbst bitte mal Zauberst. Eine Runde Vita für euch. Und wenn Chris das Analyse hat, möchte ich mal kurz Analyse machen. Dum 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 dum. Hast du Analyse? Nein, hast du nicht... Was auch nix wirklich sonst nützliches... ... außer vielleicht ein kleines Vita für Squall. Wow. Das war heavy. Du zauberst Vita auf dich selbst. Du zauberst Vita auf dich selbst. Zweit Tornado auf den. Du d Wieder auf Squall Na, das war nicht ganz so schlimm Du zauberst mal ein Vita auf... ...dich selbst, hoffentlich jetzt gerade mal So, und... ...Xell... ...Zauber... ...Analyse... ...MULTI Wow, 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 mein Freund Multi... ...Was muss ich jetzt machen? Ich hab... ...Was war das? Ich wusste jetzt nicht, was ich machen soll Ähm... ...Scheiße... ...Totorial nicht aufgepasst Okay, wie viel HP hat er dann? Ich hab jetzt auch nicht gesehen, wie viel Schaden ich gemacht hat Ich hab noch gut 4.000 Schaden... ...4.000 HP... Ach komm, bitte lass mich das schaffen Einmal jetzt einmal Runde Vita für alle Zauber Vita auf sich selbst Zauber... ...Nichts Blenden... Nein, Zauber... ...Vita auf sich selbst Ihr dürft mir hier nicht verrecken Und auch nochmal Vita auf sich selbst ...Wir sehen wir das ...Bit ist hier nicht Wow, was war das? Jetzt haut der auch noch zu. Was soll die Scheiße denn? Mit 400 Schaden, das haut rein. Das haut echt rein. Zauber. Tornado. Was kann sie? Blauer Zauber. Blaseaugen. Wow, das hört sich krass an. Und du zauberst bitte einen Vita auf dich selbst. Und wieder 500 bis der irgendwo bei 35, 35, 37 Gravit. Auf Squall mal wieder. Jo. Oder geht auf alle. Ne, auf Squall noch. Gut, äh. Laserauge. Hört sich krass an. What the fuck, 400 Schaden. Hört sich krass an. Hört sich krass an. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020